So, das hab ich. Da oben ist jetzt noch diese eine Stelle, wo ich noch nicht weiß, wie ich da hinkomme. Und auch wie ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. Ist auch noch gesperrt von der anderen Seite. Sie sind strömend. Oh, schon. Na komm. Handcraft? Ich muss mich ein bisschen zurechtfinden hier, wie ich was als nächstes mache. An dieser Stelle weiß ich auch noch nicht so recht. Ist eigentlich auch nur, um das da ranzukommen. Wie soll hier auch irgendwo jemand sein zum Sprechen? Bin ich blind? Oh! Also, ne, nicht zum Sprechen, sondern eine Quest. Ist das... Ja, das ist Serafinas kleine Skulptur. Unglaublich, dass du sie gefunden hast. Okay. Serafina war eine wahre Engel. Irgendwie erinnerst du mich an sie. Hatte schon jemand von ihr erzählt? Wenn nicht, wird es mal Zeit. Behalte die Skulptur. Du hast sie dir verdient. Lü. Immer noch da? Hatte schon jemand Serafinas Geschichte erzählt? Ich kann das nicht. Tut mir leid. Du solltest Brun aufsuchen. Vielleicht macht er es. Wer ist Brun? Und wo ist Brun? Irgendwo da unten wahrscheinlich, ja. Müssen wir mal gucken, wie ich wo jetzt als nächstes hinkomme. Ah, ich stand zu blöd. Strahllangstoßen. Ruhig. Ah, ich komme durch. Es wäre doch gelacht. Hi. Da bist du ja, Serafinas Tochter. Ich habe nachgedacht. Ich muss dir erzählen, was nach dem Gewitter geschehen ist. Nach dem Unfall verstand Madoc endlich, zu welcher Zerstörung Magie führt, wenn man sie nicht beherrscht. Sein Sohn wurde schwer verletzt. Er lag im Sterben. Wir alle fürchtesten das Schlimmste. Seine Schuldgefühle machten ihn wahnsinnig. Er wusste, dass sein Sohn immer noch ein gesundes Kind gewesen wäre, wenn er ihm erlaubt hätte, seine wahre Magie zu entwickeln. Madoc schwor, dass er alles unternehmen würde. Das beinhaltet auch selbst Magie zu wirken. Also brach er zu den Höhlen und sogar zum Anwalt auf. Er war überzeugt davon, seinen sterbenden Sohn retten zu können und nahm ihn mit. Madoc ist dieser Typ, den wir eigentlich suchen. Er glaubt, dass er diesen Fehler wiedergutmachen könnte. Es war zu viel, was er auch versucht hat. Der Junge starb und er kehrt allein nach Hause zurück. Er brachte mächtige Magie in die Wüste und hatte gelernt, sie zu wirken. Also nimm dich in Acht. Aha. Er ist also der Bösewicht in diesem Spiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er sonst genannt wurde. Aber ich glaube nicht Madoc. Wollen wir mal kurz gucken. Karte. Da ist auch noch irgendwas. Die ganzen Viecher wieder da sind. Auch hier. Oh Mann. Ich hätte auch kein Problem gehabt hier an dieser Stelle, wenn ich gewusst hätte. Dass ich mit Stoßen dieses Zeug wegmachen kann. Aber hier ist das nicht. Das ist irgendwie ein Zweiter. Okay. Oase. Aber hier ist ja auch noch was. Stoßen. Mutlosigkeit. Auf die Weise hätte ich die auch erledigen können. Das wird mich ja jetzt diesen langen Weg wieder lang. Ich muss auf jeden Fall oben noch an dieses Teil rankommen. Hier unten. Upsa. Ach, die sind hier drauf. Das wusste ich ja gar nicht. Vielleicht sollte ich mich mal heilen. Fällt mir grad auf. So. Kann ich jetzt eigentlich nur großartig hier lang, oder? Ich muss mich mal gucken. Ich muss mich mal gucken. Hier komme ich also noch nicht rein. Da muss ich aber 100 pro am Ende hin. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Wo bin ich denn jetzt hier? Ei. Komm näher. Komm näher. Und wieder eine neue Fähigkeit. Schön, schön, schön. Ketten. Gegner. Besessenheit. Dann bleibt mal da stehen. Da mache ich Strahl, Lang, Groß, Blitz, Zukunft. So, das habe ich schon mal, wo immerhin mich das führt. Interessant. Muss ich mal gucken, wo ich noch was übersehen habe. Oben. Hier. Da weiß ich nicht so recht, wie ich da rankommen soll. Ich denke mal über den Weg hier oben, ne? Aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Da geht's. Hm. 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 Oh. Es ist tradition für Familien zu gather under the Mei und Gut, aber wie ich da oben an das Dings rankomme, weiß ich noch nicht. Hier kann ich ja auch nicht lang. Und jetzt ist das ja wieder aktiv, ne? Aktiv ist nicht gut. So, wieder ausmachen. Da oben kann ich auch nicht hin. Oh, hier habe ich wieder so... Ach, Brun und Wiener. Ja, Wiener sagt mir was. Brun hatte mir nur nichts mehr gesagt. Wie komme ich an das da ran, um es zu analysieren? Die stellen sich das manchmal lustig vor, ne? Okay. Und dann wäre es immer mehrmm... Wie komme ich jetzt noch nicht hier? Mag their ausmachen Sie? No? Wie komme ich da. Was macht기도 gerne? Bist essentials. buying hat, dass wir machen, nicht sicher. Und jetzt kannst du auch mal ganz segregated. Was ist das weiglich? Was passiert das? Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich überhaupt blank laufe. Okay, da ist dieses Labyrinth, da bin ich. Eigentlich müsste ich dann nach oben, ne? So wie es scheint. Bin ich hier nicht durch? Bin ich hier nicht durch? Ich bin angewiesen auf die knappe Nahrung aus der Oase. Er sollte uns in eine neue Welt führen, mit Pflanzen, soweit das Auge reicht, oder uns beibringen, wie man Systeme zur Bewässerung entwickelt. Er besitzt die Technologie, er muss seinen Sohn loslassen, er kann es nicht wieder gut machen, also muss er aufhören, es zu versuchen. Für seinen Sohn ist es zu spät, aber er kann sich seinen Leuten gegenüber anständig verhalten. Vielleicht hält er ja auf dich. Du musst ihn finden, du musst es versuchen, Rosalind. Und schon ist wieder Arvid verspunden. Aha, hier eine Seite. Ach, das da. Gut, dass ich das habe, dass das auf der Karte angezeigt wird. Die sind gerade so unauffällig. So, gucken wir mal. Ich kann mal, ich kann mal ein bisschen nach oben gehen. Da sind die wieder. Hier, glaube ich, war das, oder? Nee. Das ist er nicht. Alea, nein. Eigentlich hat er ja gute Absichten, aber er ist so, ähm, so in diesem, oh, mein Sohn und so. Trauer und etc. So, dann gehen wir mal weiter nach unten. Gucken mal, was wir hier jetzt noch haben. Mann, das kann ich alles nicht öffnen. Muss ich mal hier unten gucken. Da was ist. Oh. Dann bahne ich mir mal hier den Weg frei. Mal gucken. Was sich findet. Das macht nur Magie, ne? Ja. Ah, da bin ich wieder hier und dann wieder dort oben, ne? Und dort oben? Ne, das sind andere. Wupp. Geht das? Ja. Ich glaube das so. Boah, dass sie jetzt drei Sachen brauchen. Verheeren. Ach, wieder Urknochen. Mist, hat nicht funktioniert. Aua. Oh, da unten war ja noch so ein Teil, das habe ich irgendwie komplett übersehen, ignoriert. Das, hallo. Die Zeremonie. Moni. So. Gut. Und vor allem hier ist ja auch irgendwie eine Hauptquest, aber ich habe keine Ahnung, was für einer. Gehe ich nochmal runter, um mir das eine, das andere da zu holen? Was ich so konnt, ignoriert habe? Oh, und wieder was verbessert. Das geht ganz schön flott. Oh, jetzt habe ich den Giftzauber. Wenn ich jetzt noch Gift schreiben könnte. Ach, das war das leere Feld dort unten. Ich habe jetzt eigentlich nur noch einen Zauber, ne? Du beherrschst jetzt den Giftzauber. Giftzauber. Den stelle ich mir ganz praktisch vor. So. Hier an der Seite sind ja die Dinger. Da komme ich nur hier rüber ran. So. Wenn ich jetzt mache, Blitzkroos. Ah. Habe ich es mir doch gedacht. Da komme ich auf jeden Fall hier ran. Nostalgie. Und mutiert. Habe ich das schon mal. Dann ist nur noch dieses... Dieses... Dieses Fragwürdige aus der... Wüste halt, ne? Also aus diesem Labyrinth. Das ist das Spiel. Vielen Dank.